Nummer eins, und das ist sehr wichtig, wenn du eine Frage stellst in Zukunft, dann stell das nicht oder mach dich nicht das Beispiel für die Fahischer, für die Sünde. Sag nicht zum Beispiel, wenn ich klaue, oder wenn ich Sina begehe, oder wenn ich Shirk begehe, oder wenn ich Kufur begehe. Mach das nicht so. Wenn du eine Frage hast, dann sagst du, wenn eine Person, wenn man das und das macht, aber nicht dich als Beispiel nehmen.